Morgen Freunde. Wir haben 2 Uhr 22 und die nächsten Folgen fahre ich von Konz bei Trier nach hause ja richtungsjammer wo man da eben sms schreiben und dann haben wir auch gleich los Heimweg senden. Wunderbar. So. Die Chefin weiß Bescheid. Die Fernbedienung nehmen wir auch mal hier hin. Ich kann mal sagen. Ich hoffe nur, dass die Kamera gut aufnimmt und nicht die Scheiß-Ding. Okay, könnte gut sein. Na schauen wir mal. Okay. 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 Wie sieht es aus? Ja gut, so kann der Bild bleiben. Hoffe ich. Nein, ist egal. So, Navi müssen wir auch noch einstellen. Eigentlich weiß ich den Weg. So, Navi. 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 Das war's für heute. So, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber dafür haben wir Ruhe. Nachts fahr ich am liebsten. Wenig Verkehr, 7-12 Autos. Können wir schön durchfahren. Oh Burger King, hoffentlich. Ist Schatz, oder? Bisschen rosa Schleim essen. Der hat Hunger. Gebt mal heim bei Youtube. Rosa Schleim. Dann seht ihr aus, was die Burger sind. Viel Spaß beim Zuschauen. Ist jetzt schon schlecht. Lass uns mal gucken, wie das Bild aussieht. Ja, ja, okay, hier. Kann man so lassen. Sohn ist ein bisschen doof, aber wild zu machen. Man kann nicht alles haben. Nach 400 Metern weiter auf A602. Dem Straßenverlauf von A602 noch 9 Kilometer folgen. Sohn. 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 温og. Ich mach' hier rein. buckling. Musik. Eben. Da fällt mir schon gerade wieder so ein altes Lied ein. Schade, kenne ich leider den Text nicht. Ich glaube, das war ja auch schon falsch. Na, lass mal. So, das war wohl in Trier. Jetzt fahren wir zum Autobahnkreuz Mosel Dreieck. Also, Trierer Autobahnkreuz. Dann fahren wir auf die A1 südlich und Heimat. So, warte, mach mal. Die olle Kamera, die macht so alle 10 Minuten, macht ihr neues Video. So, dann hat die so circa 900, zwischen 900 MB. Also zwischen 900 und 1000 MB. Okay, so, jetzt bin ich schon raus. So, nochmal. Ich sehe nichts. Na, besser. Dann sage ich mir jetzt nicht jede Folge Tschüss, weil dann wollen wir nicht auf die Uhr achten. Aber ich schneide dann einfach drei Stück zusammen. Dann habt ihr dann immer genau eine halbe Stunde. So, knapp eine halbe Stunde. Mal eine Minute mehr, mal eine Minute weniger. Ich denke mal, das werden zwei voll. Muss ich mal gucken. Oder zweieinhalb. Nach drei Kilometern einen der zwei linken Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt A1 Richtung Köln, Koblenz zu nehmen. Ja, machen wir. Wenn du möchtest, machen wir das. Ähm. Ja, tut mir ja leid, dass es wieder nachts ist. Aber es ist halt so. Ich hoffe, das war auch mal eine schöne Aufnahme. Super hinkriegen. Na schauen mal. Das ist auch mal. Wir sehen uns beim nächsten 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 Mal.